Also bei der letzten Kantung ist es, dass diese Kantung gemacht wird und da ist hier natürlich offen. Und wenn man von unten anpackt und die Finger zwischen den Blechen hat, dann kommt das Teil hoch und der kommt runter. Und da hat man ganz schnell die Finger dazwischen. Und da sollte man natürlich nichts vermeiden, indem man vorne anpackt. Oder hier zwischen. Aber hier zwischen ist auch nicht so gut, weil das Werkzeug hier ist. Genau.